Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 129 Nummer 129 Ich studiere Architektur. Diese Woche entwerfe ich ein Einfamilienhaus. Ich studiere Architektur. Diese Woche entwerfe ich ein Einfamilienhaus. Ich studiere Architektur. Diese Woche entwerfe ich ein Einfamilienhaus. Alina sitzt im Garten und löst Kreuzworträtsel. Ich suche die nächste Apotheke, weil ich Tabletten gegen Kopfschmerzen brauche. Wir sind schon früh am Morgen zu unserer Werkwanderung aufgebrochen. Wir sind schon früh am Morgen zu unserer Bergwanderung aufgebrochen. Ich verstehe nicht, warum Rainer mich verlassen hat. 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 Seit ich meine Lupe habe, beobachte ich meine Umgebung sehr genau. Seit ich meine Lupe habe, beobachte ich meine Umgebung sehr genau. Seit ich meine Lupe habe, beobachte ich meine Umgebung sehr genau. Ich mag die Arbeit lieber, wenn ich Musik höre. Ich mag die Arbeit lieber, wenn ich Musik höre. Ich mag die Arbeit lieber, wenn ich Musik höre. Ich mag die Arbeit lieber, wenn ich Musik höre. Ich mache meine eigene Kosmetik. Das habe ich an einer Volkshochschule gelernt. Ich mache meine eigene Kosmetik. Das habe ich an einer Volkshochschule gelernt. Ich mache meine eigene Kosmetik. Das habe ich an einer Volkshochschule gelernt. Ich mache meine eigene Kosmetik. Ich habe das in der Universität. Ich habe das in der Universität. Reginas Puppe trägt das gleiche Kleid-Visie. Reginas Puppe trägt das gleiche Kleid-Visie. Wir sind uns einig. Wir haben den Vertrag per Handschlag besiegelt. Wir sind uns einig. Wir haben den Vertrag per Handschlag besiegelt. Wir sind uns einig. Wir haben den Vertrag per Handschlag besiegelt. Wir sind uns einig. Wir haben den Vertrag per Handschlag besiegelt. Ich mag deinen Bart, weil er so weich ist. Ich mag deinen Bart, weil er so weich ist. Ich mag deinen Bart, weil er so weich ist. Ich mag deinen Bart, weil er so weich ist. Lucy versteckt sich hinter den Kürbissen auf dem Feld. Lucy versteckt sich hinter den Kürbissen auf dem Feld. Lucy versteckt sich hinter den Kürbissen auf dem Feld. Lucy hovaitze za Harbuzami u Poli. Heute Morgen habe ich auf dem Wochenmarkt eine Ananas gekauft. Heute Morgen habe ich auf dem Wochenmarkt eine Ananas gekauft. Heute Morgen habe ich auf dem Wochenmarkt eine Ananas gekauft. Сегодня вранzie я купив Ananas на щотижневом рынку. Wir bauen 30 Windkraftanlagen in dieser Gegend, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werden. Wir bauen 30 Windkraftanlagen in dieser Gegend, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werden. Wir bauen 30 Windkraftanlagen in dieser Gegend, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werden. Worauf warten wir hier? Es passiert nichts. Worauf warten wir hier? Es passiert nichts. Worauf warten wir hier? Es passiert nichts. Чого мы тут чекаемо? Ничего не відбувається. Hier werden jede Woche Мöбель günstig versteigert. Що тижня тут продають Мöбле за аукціону? Ich laufe noch vier Kilometer. In fünfundzwanzig Minuten bin ich bei dir. Ich laufe noch vier Kilometer. Ich laufe noch vier Kilometer. Wir verstecken unsere Gesichter hinter Sonnenblumen. Wir verstecken unsere Gesichter hinter Sonnenblumen. Wir verstecken unsere Gesichter hinter Sonnenblumen. Мы ховаемо обличчя за сонечниками. Am Morgen genieße ich die frische Meeresbrise. Am Morgen genieße ich die frische Meeresbrise. Am Morgen genieße ich die frische Meeresbrise. Вранці я насолоджуюсь свежим морским Бризом. Ich habe uns frischgebackene Brötchen zum Frühstück gemacht. Ich habe uns frisch gebackene Brötchen zum Frühstück gemacht. Ich habe uns frisch gebackene Brötchen zum Frühstück gemacht. Ich habe uns frisch gebackene Brötchen zum Frühstück gemacht. Wenn meine Eltern mir helfen, kann ich hochspringen. Wenn meine Eltern mir helfen, kann ich hochspringen. Wenn meine Eltern mir helfen, kann ich hochspringen. Warum verliere ich beim Kämmen so viele Haare? 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 Ich brauche wirklich eine Pause. Das Muskeltraining war hart. Ich brauche wirklich eine Pause. Das Muskeltraining war hart. Ich brauche wirklich eine Pause. Das Muskeltraining war hart. Wir üben Selbstverteidigung, damit ich mich jederzeit selbst beschützen kann. Wir praktikieren самоabschieden, damit ich mich selbst beschützen kann. Ich kann einen Gymnastikball zwei Minuten lang zwischen meinen Beinen halten. Ich kann einen Gymnastikball zwei Minuten lang zwischen meinen Beinen halten. Ich kann einen Gymnastikball zwei Minuten lang zwischen meinen Beinen halten. Ich kann einen Gymnastikball zwei Minuten lang zwischen meinen Beinen halten. Es ist notwendig, während des Sports regelmäßig zu trinken. Es ist notwendig, während des Sports regelmäßig zu trinken. Es ist notwendig, während des Sports regelmäßig zu trinken. Ich kann einen Gymnastikball zwei Minuten lang zwischen meinen Beinen halten. Ich kann einen Gymnastikball zwei Minuten lang zwischen meinen Beinen halten. Ich bin gerne in der Schule. Das Lernen macht mir Freude. Ich bin gerne in der Schule. Das Lernen macht mir Freude. Ich bin gerne in der Schule. Das Lernen macht mir Freude. Ich bin gerne in der Schule. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Deine Füße sind viel kleiner als meine Hand. Jeden Sommer treffen wir uns mit der ganzen Familie. Jeden Sommer treffen wir uns mit der ganzen Familie. Kogel Lüte wir uns mit der ganzen Familie. Steht mir diese Sonnenbrille? Oder sind die Gläser zu groß? Steht mir diese Sonnenbrille? Oder sind die Gläser zu groß? Oder sind die Gläser zu groß? Oder sind die Gläser zu groß? Sandra hält eine lila Hantel fest in ihrer rechten Hand. Sandra hält eine lila Hantel fest in ihrer rechten Hand. Sandra hält eine lila Hantel fest in ihrer rechten Hand Ich habe eine Sonnenbrille mit weißem Gestell, sie ist in einem schwarzen Lederetwie Ich habe eine Sonnenbrille mit weißem Gestell, sie ist in einem schwarzen Lederetwie Ich habe eine Sonnenbrille mit weißem Gestell, sie ist in einem schwarzen Lederetwie Heute ist Reinigungstag, jeder sollte helfen, die Wohnung zu reinigen Heute ist Reinigungstag, jeder sollte helfen, die Wohnung zu reinigen Heute ist Reinigungstag, jeder sollte helfen, die Wohnung zu reinigen Ich trage diese Schuhe meistens, wenn ich einen Marathon laufe Ich trage diese Schuhe meistens, wenn ich einen Marathon laufe Ich trage diese Schuhe meistens, wenn ich einen Marathon laufe Diese Kleidung ist für die Altkleidersammlung vorgesehen. Diese Kleidung ist für die Altkleidersammlung vorgesehen. Ceyodjah preznacenay dla kolekcii staroho odjahu. Der Hund springt ins Wasser. Viele Hunde lieben es zu schwimmen. Der Hund springt ins Wasser. Viele Hunde lieben es zu schwimmen. Sobaka sträbae u wodu. Bahato Sobak lubliat plawati. Ich liebe den Sonnenuntergang am Meer. Vor allem, wenn wir zu zweit sind. Ich liebe den Sonnenuntergang am Meer. Vor allem, wenn wir zu zweit sind. Ich liebe den Sonnenuntergang am Meer. Vor allem, wenn wir zu zweit sind. Die roten Schuhe sehen gut aus, aber ich kann nicht darin laufen. Die roten Schuhe sehen gut aus, aber ich kann nicht darin laufen. Die roten Schuhe sehen gut aus, aber ich kann nicht darin laufen. Die roten Schuhe sehen gut aus, wie ich kaffee einschenke. Die Katze beobachtet interessiert, wie ich kaffee einschenke. Die Katze beobachtet interessiert, wie ich kaffee einschenke. Die Katze beobachtet, wie ich kaffee einschenke. Ist das ein Polizeihubschrauber? Er fliegt ziemlich niedrig. Ist das ein Polizeihubschrauber? Er fliegt ziemlich niedrig. Ist das ein Polizeihubschrauber? Er fliegt ziemlich niedrig. Das ist ein Polizeihubschrauber. Er fliegt ziemlich niedrig. Denke daran, dir die Hände zu waschen, bevor du ins Haus gehst. Denke daran, dir die Hände zu waschen, bevor du ins Haus gehst. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen. 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 Ich habe Erdbeeren für dich gepflückt. Möchtest du sie haben? Ich habe Erdbeeren für dich gepflückt. Möchtest du sie haben? Was du mir erzählst, hört sich nicht gut an. Warum hat er das getan? Te, що ти мені говориш, звучить погано. Чому він це зробив? Ich hoffe, Frank ist noch zu Hause. Ich habe die Türschlüssel vergessen. Ich hoffe, Frank ist noch zu Hause. Ich habe die Türschlüssel vergessen. Ich hoffe, Frank ist noch zu Hause. Ich habe die Türschlüssel vergessen. Ich hoffe, Frank ist noch zu Hause. Ich habe die Türschlüssel vergessen. Ich werde die Blumen mit nach Hause nehmen und sie meiner Mutter geben. Ich werde die Blumen mit nach Hause nehmen und sie meiner Mutter geben. Ich werde die Blumen mit nach Hause nehmen und sie meiner Mutter geben. Ich habe die Türschlüssel vergessen. 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 Ich will sie sofort wieder haben. Ich habe die Türschlüssel vergessen. 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 Ich fülle einen Blumentopf mit verschieden Pflanzen. Ich fülle einen Blumentopf mit verschiedenen Pflanzen. Ich fülle einen Blumentopf mit verschiedenen Pflanzen. Es hat gebrannt. Der Feuerwehrmann sucht Blutnäste im Wald. Es hat gebrannt. Der Feuerwehrmann sucht Blutnäste im Wald. Es hat gebrannt. Der Feuerwehrmann sucht Blutnäste im Wald. Warum sitzt du hier ganz allein? 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 wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Vielen Dank.